Jo Freunde, was geht ab? Ich bin's wieder auf meinem Kanal. In diesem Video mache ich neue wöchentliche Aufträge Woche 2 und zwar sammle Montionen bei benannten Orten. 3000 Montionen müssen wir einsammeln, 15.000 XP, damit sagen wir fangen wir direkt an mit dem Auftrag. Bis gleich. Ja, für die Leute, die es nicht wissen, benannte Orte sind Orte, die halt einen Namen haben, wie zum Beispiel Reckless Railways, Grand Glacier, Classic Curls und so weiter. Also ich bin hier gerade bei Reckless Railways und hier ist eine Montionskisse, die öffne ich mal und ihr seht hier direkt auch Munition und die sammeln wir ein. Oben wird es weitergezählt und auch für jede Waffe, die ihr einsammelt, deren Munition, bekommt ihr hier auch, liegt eine Waffe, nämlich das wird nicht gezählt. Ihr braucht nur die Munition, sammelt ihr einfach ein und dann wird es auch gezählt. Das Ganze geht nur in benannte Orte und dann habt ihr also insgesamt 3000 Munition einsammelt. Und dann habt ihr den Auftrag auch abgeschlossen, sehen Sie uns einfach gleich wieder und ja, bis gleich. Ja Leute, also ich habe jetzt 3000 Munitionen eingesammelt in einem benannten Ort, in dem ich Munitionskissen geöffnet habe oder auch Gegner eliminiert habe, denn die jobben Munitionen für mich und die kann man aufheben in einem benannten Ort. Ihr seht das hier nochmal. Und ja, somit habe ich den Auftrag auch abgeschlossen hier einmal. Und damit sagen, kehren wir zurück zur Lobby. Und ja Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Like, da abonniert gerne meinen Kanal. Lasst gerne einen Like, damit ihr kein Video mehr verpasst. Da würde ich euch sagen, war es mit dem Video und ciao. Haut rein, bis nächstes Mal Leute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.